Charlie und die magische Landkarte Das ist Mo. Mo soll ein Referat über Kinderrechte halten und braucht einfache und verständliche Infos dazu. Hm, wo könnte ich die finden? Gut, dass Mo jemanden kennt, der Rat weiß. Charlie, die beiden sind beste Freunde. Ich weiß, wo du richtig tolle Dinge findest und ganz bestimmt auch für den Referat. Das ist eine magische Karte. Sie zeigt die Kinderseitenlandschaft. Wow, was passiert denn hier? Wo sind wir? Willkommen in der Online-Welt der Tiere, Umwelt und Natur. Hier trefft ihr Vögel, Wale und Eichhörnchen. Ihr besucht den Regenwald, die Wiese oder das Meer und erfahrt alles über Natur und Umwelt. Ich begrüße euch in der Vergangenheit. Hier könnt ihr Neandertalern, Wikingern und Königinnen begegnen. Ich verneige mich. Bin ich im Mittelalter? Wo sind meine Prinzessinnen und Ritter? Oh, ein Fluggerät der besonderen Art. Welcome et Bienvenue. Was in der Welt passiert, das erfahrt ihr online in Kindernachrichten, Videos und Magazinen. Davon gibt es hier eine Menge. Hier könnt ihr euch informieren, die Welt verstehen und euch eure eigene Meinung bilden. So haben wir Kinder den Durchblick. Jetzt seid ihr dran. Hier wird Mitmachen großgeschrieben. Sich im Internet austauschen, chatten, kommentieren, filmen oder Fotos zeigen. Ich mag Reportagen. Thema aussuchen, Fragen sammeln und loslegen. Ich mag Fotos. Ich schreibe auch gern mit meinen Online-Freunden. Wir befinden uns in einer Online-Welt voller Spiel und Spaß. Das mag ich. Zocken, jammen, chillen. Super Sache. Erst spielen, dann experimentieren, backen, kochen und kreativ sein. Ah, da fällt mir ein, ich muss doch noch was tun. Wo finde ich denn jetzt das Material für mein Referat über Kinderrechte? Da weiß ich was. Auf in die Wissenswelt. Fantastisch. Hier wartet geballtes Wissen auf euch. Mit Lexika und Suchmaschinen lässt sich fast alles herausfinden. Gib ein passendes Suchwort in das Suchfeld ein. Ich probier's. Kind der Rechte. Guck mal. Richtig viele und gute Treffer, Mo. Perfekt. Mit diesen Seiten habe ich alles, was ich für mein Referat brauche. Nun muss ich wohl nach Hause und mit der Arbeit beginnen. Wow, das war aber stark. Und wie komme ich ohne dich und deine magische Karte in diese gigantische Online-Abenteuerwelt? Da habe ich was für dich. Seitenstark.de ist euer Eingang in die Welt der Kinderseiten. Übrigens, das war nur ein kleiner Ausschnitt aus der großen, bunten Kinderseitenlandschaft. Am besten, ihr macht euch selbst auf die Reise. Wie ihr dorthin kommt, wisst ihr ja jetzt. Der Zugang steht jedem offen. Kostenlos und jederzeit. Seitenstark macht Spaß und schlau. Klick dich schlau auf Seitenstark.de und schlau auf Seitenstark.de